Ich will dich hier nicht mehr sehen, du Affenarsch! Ach, leck mich. In fünf Sekunden kannst du deinen anderen Arm auch vergessen. Aber ich bitte Sie, keine Gewalt! Eins... Zwei... Lassen Sie ihn in Ruhe! Ihr ist doch verletzt! Hast du wieder Hunger, was? Ich glaube, ich spinne. Der hat mir mit seiner Birne eine gedonnert. Du bist wohl ein bisschen weich im Kopf, hm? Sag mal, hast du dir eigentlich schon einen Sarg bestellt? Das macht man anders, Pignon. Das ist eine Technik für sich. Sie machen das so, hm? Ohne jede Kraft. Das muss hier angesetzt werden. Also hör mal, Großväter, hier... Hey! Hey, pass mal! Ja, wenn du glaubst, dass du das hier machen kannst... Was ist denn? Na? Ist irgendwas? Du da, komm her! Dich meine ich! Eure Geschichten interessieren mich nicht, aber du hast ihn abserviert. Er kapiert's noch nicht, also stell das mal klar. Ich hab die Schnauze voll. Ich will nichts mehr von dir. Sei nicht sauer. Es ist nun mal so. Los, Kleiner, komm mit. Verschwindet! Komm, Tristan! Leck mich am Arsch! Los, komm jetzt, mein Sohn, wir fahren nach Hause. Ich hab deine Mühle kaputt gehauen. Wie bitte? Auf dem Platz bei St. Paul. Ich hab mich totgelacht. Das ist doch Unsinn! Er muss brandneu gewesen sein. Wir haben alle drauf rumgedroschen. Glauben Sie ihm nicht, der will Sie nur provozieren. Er macht sowas nicht. Ich schwör's beim Leben meiner drei Väter! Ich hab gestern Nachmittag mit einer Brechstange drauf rumgeballert. Hat Spaß gemacht. Sie haben wohl ne Meise, der Junge ist verletzt. Wie können Sie ihn da schlafen? Komm jetzt mit, oder ich werd sauer! So, komm, Kleiner!